Hallo Leute, das ist der Bernhard. Er sitzt ganz gemütlich am Lagerfeuer. Doch plötzlich hört Bernhard ein Grummeln und seine Würste fallen vom Grill. Oh nein! Er fährt sofort in die Stadt und schnell zu sich nach Hause. Die Lava kommt nicht in die Stadt, denn sie ist auf einem Hügel. Bald er zu Hause ist, fragt er sich, wie ein Vulkan ausbricht und er entsteht. Das wollen wir euch jetzt erklären. Die Magmakammer ist voll mit Magma. Und dann schiebt sich ein Stein oder Erdplatte in die Magmakammer und presst die Magma nach oben. Dann bricht der Vulkan aus. Die Erdgrosse besteht aus riesigen, grossen Platten. An den Rennen der Platten kann flüssiges Gestein nach oben dringen. Ein Vulkan aus Magma und Asche entsteht. Das war unser Lernfilm. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Ende.